Hi Leute, was geht ab? Wir sind jetzt in Langkawi und entdecken jetzt mal die Insel mit euch. Wir sind hier gestern Abend angekommen, also haben wir noch gar nichts gesehen. Jetzt haben wir erstmal Hunger und jetzt holen wir uns was zu essen. Ja, ihr habt sicherlich das Gefühl, dass wir die ganze Zeit am Essen sind. Und das stimmt auch, wir sind nämlich schon wieder auf dem Night Market gelandet. So, wir wollen uns jetzt ein paar Sachen vom Night Market an den Strand mitnehmen zum Essen. Und das ist voll geil, wir packen alles in Papier ein, also machen wir sogar nur Wounds. Oder weniger, aber Papier, kein Plastik. Ja und mit der Aussicht gibt es jetzt was zu essen. Zwei Euro haben wir bezahlt am Night Market. Und die Aussicht gibt es einfach oben drauf. Neuer Tag auf Langkawi. Heute sind wir Tag zwei hier und werden ein neues Frühstückscafé oder ein neues Café, was vegetarische und vegane Gerichte anbietet. Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, wir sind da bei der Kespa. Und schon haben wir uns an den Strand gebeamt. Auf geht's. Das ist Langkawi Beach. Und das ist der größte Strand hier, direkt an der Promenade. Und wir gehen jetzt mal direkt rein ins Wasser. Ich will mal schauen, wie das Wasser ist. Salzig. Okay. Das Wasser ist salzig. Wer hat's gedacht? Wer hat's gedacht? Alles gut, Leute. Alles gut, Leute. Wir sind unterwegs zum Gunung Raja. einem der höchsten Berge hier auf Langkawi, um uns den Sonnenaufgang anzusehen. Und wir haben jetzt mal die Position gewechselt und fahren jetzt mal mit der Cable Car nach oben zum Skywalk und wollen da oben was Schönes frühstücken. Das ist sehr knapp und viel zu wenig hier. Und wir sitzen da oben. Dieses Jahr noch nicht. Musik 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 über die Spot. Ausatmen Musik wurden Mor alter Ja, diese lustigen Aufnahmen sind im 3D-Museum entstanden. Das war fun, das hat richtig Bock gemacht. Und jetzt nächster Stopp. Sperran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.